Blitz, Feuer, Vandalismus oder Diebstahl. Es gibt einige Gründe, warum du plötzlich ohne Kasse dastehst. Im Fall der Fälle ermöglicht eine aktuelle Sicherung der Kasse die schnelle Wiederherstellung der Daten. Aber wer betreibt schon den Aufwand von täglichen Backups? Oder vergisst sie nicht zumindest gelegentlich? Das Kassen-Backup aus der MyVectron Cloud erledigt das Backup ganz von allein. Sobald an der Kasse ein Z-Bericht gezogen wird, überträgt sie vollautomatisch das Backup in die Cloud. Ganz ohne USB-Stick oder andere Speichermedien. In der Cloud werden die letzten fünf Backups gespeichert. Das erhöht die Sicherheit noch einmal. Und das Beste? Das Kassen-Backup ist Bestandteil aller MyVectron Cloud Abos. Es ist sowohl in MyVectrons Smart-Paket enthalten, das die ersten 36 Monate kostenfrei ist, als auch im wesentlich umfangreicheren MyVectron Standard-Paket. Ist die MyVectron Cloud bei der Installation der Kasse gleich mit eingerichtet, wechselst du in deinem MyVectron Kundenportal auf die Filialen. Dort wählst du die Geräteverwaltung und die entsprechende Kasse aus. Über das Symbol mit den drei Punkten rechts öffnest du die Option für diese Kasse. Backup zeigt die Liste der gespeicherten Backups. Von hier kannst du bei Bedarf auch eine Kassensicherung herunterladen, um sie in eine Ersatzkasse einzuspielen. Oder du lässt das von deinem Kassenhändler durchführen. Entdecke auch die anderen smarten Tools aus der MyVectron Cloud wie den Digitalbon oder die Reporting-App. auf der MyVectron Cloud. Auf der MyVectron Cloud. Auf der MyVectron Cloud. Ich werde dir die Woche ihrenTER Anfang ihrer Devonten weiterverteilen. Untertitelung des ZDF, 2020